Heysia und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play .Tech und Ryo ist dieses Mal wieder nicht dabei, keine Sorge, ich ziehe das ja nicht mit Gastkommentatorn durch, das war jetzt einfach nur, weil er mir ein Dungeon geschickt hat und ich mir gedacht hab, jo wir sind eh grad am Teal, also nehm ich den rein. So, ähm, ich habe jetzt den Virus-Kern-F gefunden und Wortliste, Blühenversprochensteak, Level 44, Geschützungsgebiet, yay, das kennen wir doch schon. Den Virus-Kern-F, den hab ich schneller gefunden als gedacht, off-cam. So, snap, snap, snap und komplett. Gut, dann schauen wir doch einfach mal, was das für ein Gebiet ist, und was der gute Weißman so für Infos hat. Ich hab mich übrigens vorbereitet, mhm, tatsache, ich hab mir Items gekauft, ein paar, doch ein paar verkauft, Ausrüstungsgegenstände, die ich nicht verbrauchte und jetzt, ich glaub, um die. Um die 20.000 nun. Na, wir brauchen ja nicht zur Quelle gehen, wir wissen ja, wie das endet. Ähm, aber eine Sache könnte ich jetzt mal machen, und zwar... Ach, ich war falsch, okay. So, einmal Tempospruch und dann geht's nach da oben. Ähm, ich hatte grad schon Angst, dass meine Nachbarn eventuell wieder Party machen, während ich aufnehmen will, aber jetzt höre ich grad nichts mehr. Kurz bevor ich, äh, das Spiel gestartet habe, habe ich sie gehört, und jetzt, äh, sind sie ruhig. Finde ich ja auch mal schön, dass die auch wissen, wie man ruhig sind. Moment. Wow. Okay. Ich dachte jetzt schon, hör, was, Sackgasse? Aber nö, keine Sackgasse. Ich hab so irgendwie das Gefühl, dass wir hier so ein Endboss-Monster haben, so ein Data-Bug-Vieh. Ich hab so mal keine Phase, ansonsten... Denk ich mir... Na, 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 na... Muss nicht sein. Moment. Du bist am beschissensten. So, äh, Mistral darf einmal auf Erste Hilfe gehen. Da hab ich, glaub ich... Na, hat eh magisch Talent. Alter! Scheiß, Mistvieh. So, das Erste. Wir bekommen schon mal einen Dateneinzug dafür, dass es Mistral gekelt hat. Was für ein fysische Genauigkeit ist down. Na toll. Das ist dafür, dass du es meinst, so scheiße sein zu müssen. Gegenstände. Auferstehung. Also, das lief ja jetzt nicht so gut. Gegenstände. Jetzt darf ich direkt schon... Wo haben wir denn da? Magierseele einsetzen. Damit es ein bisschen SP hat. Das lief ja mal mies. Fällt mir ja gar nicht. Mistfall, Erste Hilfe. Nein, jetzt hast du auch noch... Truhe eingesetzt. Truhe eingesetzt. Was für Quatsch. Was? Wieso gehen die jetzt beide auf mich drauf? Lass den Mist Was? Ihr verdammt Verzack Physische Genauigkeit ist down Bevor du wieder irgendeinen Scheiß baust, data drain ich dich lieber Masamune Rüstung Vielleicht ist das was brauchbares Moment, ich mag die Musik irgendwie grad nicht Na komm, wechsel die Musik, danke Ähm, was haben wir denn? Masamune Rüstung 1, 7, 10, 1, 1 Ähm Dann haben wir hier Habt ihr hier 1, 7, 10, 1, 1, oder? Ich und Zahlen Da oben, Angriff 1 Abwehr 7 Genauigkeit, ich würde um 6 runtergehen Gebe ich ihr einfach mal Geschenk Ähm Da ist die Masamune Rüstung Ausgerüstet, okay Die Kiste lasse ich jetzt einfach mal zu Na diesmal nicht so ein Vieh So ein mieses Große Augen greifen uns an Siebe gucken uns Oder so Mistral, Erste Hilfe bitte Na, nee, komm Muss nicht sein Wo ist denn Tschüss Da ist die Tür Ne, jetzt Ähm Hallo Hallo Was ist denn das jetzt, ey Jetzt kann ich wieder laufen Hä Ich hatte auch schon Feuer auf einmal So komische Spackungen Dass der nicht richtig laufen wollte Was doch immer das soll Ich mag das nicht Wenn der Controller irgendwie Plötzlich meint Ausfälle hat bekommen zu müssen Vor allem wenn es dann nur Plötzlich mal etwas wichtiger wird So Mistral, Erste Hilfe Iron Ball Titan Was Na, das geht aber Das ist gut zu machen Okay, jetzt hast du mich getreten Toll Fühlst du dich jetzt wunderbar? Fühlst du dich jetzt cool? Lass mich dich later drainen Mal gucken, was ich bekomme Und ich bekomme Magatsu Was auch immer ein Magatsu ist Oh, das ist eine Waffe für Twin Blade Bringt die mir irgendeinen Vorteil oder Nein Definitiv nicht Definitiv nicht So, dann mal hier rein Und dann Hier rein Öffne ich einfach mal diese Truhe Weil ich es kann Verschlage diesen Topf Erholungstrank Was ist das denn? Ich habe einen Erholungstrank Erholungstrank ist Geil Sehr schön Gibt 800 LP zu Nein Keine 3 Ihr seid doch dumm Boah Nein Ne, 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 ne Ey Ey, nee Das ist schon wieder Was soll das? Und jetzt ist sie auch noch Ähm, hallo Gegenstände Ähm Ähm, 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 ähm Ich kann sie bezirzen Und Na, kann ich nicht Gegenstände Ähm Boah, ist das gerade übel Skills Datenentzug So, Skills So, Skills So, Skills Nein, Quatsch, nicht Skills Gegenstände 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 Achso, das bist du und du Hier Ist 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 Störst mich Nur Genauso wie du Gerade Okay 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 So So Dumme Mistviecher Meine Güte Wow Das war ja jetzt mal übel Ich hasse sowas Ehrlich Nochmal Nein Aber du kannst trotzdem Auf erste Hilfe zurückgreifen Na super Das lief ja mehr als Nicht so gut Und Geh down Tür öffne dich Was ist das bloß für einen Weg Ey Was ist das bloß für eine Ebene Ey Das ist auch kein Problem Ich habe Angst Dass diese komischen Mantelviecher Da wieder auftauchen Legros Vielen Dank Dass du auch mal angreifst Das tat gerade weh Komm LP Entzug Los Doch Jetzt hat er es gerade gemacht So Da Delta Drain Ich Nicht Ich muss Wie gesagt Okay Die Infektion Ist schon zurück Das heißt Wie gesagt Ich habe es ja noch gar nicht Ich habe es ja noch gar nicht gesagt Aha Wow Ich hoffe das war es dann aber auch schon wieder Ansonsten Wow Da vorne Da vorne Damit es schneller geht Mach ich mal Magierseele Missile Jetzt will ich eine Sache mal nachgucken Skillsweisen Angriff Magie Erholung Stärken Schwächen Nur sie hat keine solche Zauber Wo man irgendwie den Status Erhöhen kann So da bin ich mal gespannt Was erwartet mich hier Was Zur Helle Was ist das denn für ein komischer Raum Raum Vom Boss Raum Wie soll ich dich denn heilen Wir haben Mistral So jetzt Ich hau dich hier kaputt Ich habe kein Problem mit Lebensentzug Sehr gut Darum grüßt du mich eh nicht Ich habe die super coole Queste Wollte ich jetzt schon sagen Mistral meine ich Wie lange brauchst du noch Lass mich dir den Bauch aufschlitzen Autsch Ich denke da sollte ich mal mitmachen Sonst bin ich ja tatsächlich gleich tot Problem gelöst Na toll Soviel zu dem Thema Wie viel hältst du denn noch aus Bis Protect Brite kommt Soviel dazu Dann lasse ich dir mal die Daten entziehen Und dann wirst du So ein magischer Virus kann 0 Äh oh Okay Magische Stärke Daune Das kümmert mich herzlich wenig Ich greife da eh nicht magisch an Also von dem ist mir das jetzt gerade mal relativ egal Autsch Autsch Da hat er mich ja auch Gaumen rum Ach da Ligon Na gut Äh nicht Na gut Ich wollte gerade sagen Weil du es bist Gegenstände Neidenarm Geisteswasser Denke ich mir mal Okay Jetzt haben wir hier zwei Was ist jetzt Funkenschwert Was ist jetzt Okay Das kam jetzt überraschend Schnell Okay Ich hoffe so ein Name Huh? Ballmonk? Do you understand? Give this to... Okay. Malmung und Leos. So und ähm... Hä? Ich soll doch... Hä, was? Jetzt weiß man dann hier irgendwo in der Stadt? Oder haben die mich jetzt aus dem Dungeon raus teleportiert, damit ich wieder in den Dungeon reingehe? Hä? Wenn ja, dann ist das beschiss. Dann ist das wirklich dumm. Also weiß man sich hier nirgendswo... Hey, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das nenne ich Beschiss. So was ist wirklich... Unnötig. Na... Muss nicht sein. Okay, dann gucke ich mal bei einem Chaos Gate. da irgendwie was zu sehen ist, dann seh ich sie ja. Tatsache, ich muss dahin wieder zurück. Oh Gott. Ich denke mal, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Dotec Mutation. Bis zum nächsten Mal. Ciao.